Mein Name und Herren, Sie hören die 2, Übelkeit ist auch mit dabei. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Ja, und hier hast du noch ein bisschen Zwiebackbrei. Alter, was ist heute los? Wunderschönen guten Abend. Willkommen aus dem Lazarett. Jedenfalls auf deiner Seite, aber bei mir geht es mittlerweile. Also wir haben gerade festgestellt, die halbe Welt hat Bauchschmerzen. Ja, zumindest in unserem Umkreis. Ja, also in meinem Umkreis voll krass. Also meine Frau, Kind, Nachbar, Nachbarin, Icke. Ach auch? Kindergarten, ja, 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 ja. Meine Eltern lagen letzte Woche komplett flach mit Schüttelfrost und Magen-Darm. Ich habe keinen Fieber oder so, ich habe nur Bauchschmerzen. Gut. Kommt vielleicht auf die Dosis der Impfung an. Oder diese Chemtrails und so den Kram. Du, das ist der nächste Shit, der dann kommen wird. Alice und Sarah machen sich doch gerade warm. Ach nee, das war gestern. Gestern war das, ja. Gestern haben sie sich warm Gedanken gemacht in Berlin. Die junge Generation war auf der Straße, hat demonstriert. Die junge Generation, genau, genau. Und mit, weißt du, auch gleich mit, auch so mit, ne? Alle dabei. Ja. AfD. Dritter Weg oder wie der heißt. Keine Ahnung. Super, nee, Spaß. Ja. Schön, schön krank irgendwie. Eklig. Also ich habe auch letzte Woche schon zu meiner Frau gesagt, es wird einfach nur Zeit, dass es warm wird. Ich kann es auch nicht mehr ab. Heute war schöner Sonnenschein, weil ich draußen, das tankt, weißt du, so, das tankt so richtig. Ich habe es super, denn schön, dass ich gehe. Aber wir nehmen wieder zu unmöglichen Zeiten auf. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Eigentlich wollten wir Sonnenschein aufnehmen, aber da kamen halt die besagten Krankheitsfälle dazwischen. Ja. Mir geht es seit, weiß ich nicht, seit drei Tagen ungefähr habe ich latente Bauchschmerzen, aber nur so in Wellen, also von daher wird es noch kein fieser Tumor oder so ein Kram sein, sondern es ist eher, keine Ahnung, Verdauungsschwierigkeiten der besonderen Art. Aber das sind Themen, die wollen wir hier nicht weiter ausbreiten, in diesem Podcast. 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 Ich bin sehr froh, dass wir uns heute hören, weil ich dachte erst, das findet nicht statt. Ja, ich hatte auch Angst, dass es nicht stattfindet, aber tatsächlich ging es meiner Frau gestern ein bisschen besser schon. Heute ruht sie sich noch weiter aus und übernimmt jetzt aber das Kind und dann passt es schon. Das ist gut. Nächste Woche bleibst du auch zu Hause, weil ich habe auch das Gefühl, dass du stellenweise halt das, du wirst ja quasi gezwungen, das nicht richtig auszukurieren, so, weißt du, so arbeitstechnisch, gewissenstechnisch, was man so sagt. Und davon müssen wir so wegkommen, weißt du. Der Körper, die Familie ist wichtig. Sich ausprobieren, meinst du. Ich glaube, ich muss dich ein bisschen lauter machen. Irgendwie bist du leiser als sonst. Ja, okay. Aber ich bin eigentlich gut hier von meiner Position her. Ja, wir probieren es einfach mal. Ich rede so ein bisschen leiser dafür. Ja, gut, ja, okay. Aber es ist auch wichtig, dominant zu bleiben. Wenn du leiser redest, dann kann ich dich ja nicht mehr hören. Das stimmt, ja. Dann rede ich automatisch leiser, dann ist das so wie eine Abwärtsspirale. Bis wir nicht mehr spielen. Wir sind 192 Folgen dabei. Irgendwann müssen wir doch am Boden ankommen. Absolut. Wir sind am Boden angekommen, mein Freund. 192 Folgen. Das ist krass. Das ist viel. Let's play, was wir hier hatten. Let's play, was wir hier hatten. Das stimmt. Wenn man das als Babydruck hatte, als Serie, das stimmt ja. Das hat bestimmt auch schon hier Seven Days und, wie heißt das hier, Weltraum? Empyreion abgelöst. Empyreion-Charakter, ja gut. Es ist total unmöglich, dass ich mir einen abgehe. Die Zuhörer sind bestimmt auch noch. Sie hören das jetzt Montag früh noch leicht. Sie hören das morgens, weißt du, genau. Und denken sie so, Alter, muss der gehen? Du musst mal ein bisschen spritzig rüberkommen. Ich mach doch mal hier eh nur, mach doch mal ein bisschen, hier. Koks. Hier, guck, hier. Machen doch die, es machen doch die Jungen, äh, die, die Influencer. Die machen ja? Ja, ich hab keine Ahnung. Wegen der ganzen Kohle, die man verdient. Lass mal hören. Scheint mal hast du da. Das ist zu viel intern, als du viel intern hast. Nee, komm, geh mal hier. Geh mal hier. Der Joe, ne? Der Joe. Ja. Ich glaub, der kifft eher. Nur langsam. Oder er ist eigentlich noch langsamer und braucht Koks, um so schnell zu reden. Diese Gerüchte sollten wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nee, nee, nee. Nimmst du jetzt noch jemand auf und dieser Podcast wird gecancelt, weil... Das wäre blöd, ja. Nicht, dass wir gecancelt wären, ja. Ja. Das waren natürlich nur Satire. Du meinst Saattiere? Das sind das Tiere, die man eingräbt und dann werden... Das sind Saattiere, genau. Das ist ein Rehbaum. Boah, warte mal. Was war jetzt gerade? Jetzt fällt mir wieder ein. Weißt du, wer Calvin ist? Das ist schon mal wichtig. Wollen wir damit mal einsteigen? Okay, lass mal mit Calvin einsteigen. Also ich kenne Calvin als Temperaturangabe. Okay. Und den kenne ich Calvin Klein. Genau. Und der am Wochenende erschienen... Nee, am Freitag erschienen, oder? The Forest. The Sons of the Forest. Gibt es Calvin? Calvin ist dieser stumme... Begleiter, sozusagen. Der halt am Anfang des Spiels auf den Kopf fällt, zieht sich aus den Ohren blutet und seitdem kannst du ihm nur noch Anweisungen geben über einen Block. Zettel, den man ihm an die Brust steckt. Da habe ich schon... Ich habe in Videos geguckt, ja. So fängt es an. Aber eigentlich kannst du dann so einen Zettel, dann sagst du so, hole Holz, lege es mir hin oder pack es in Dings oder solche Sachen. Also du kannst ihm verschiedene Befehle geben, sofern du das selber schon gemacht hast. Oder vorgemacht hast, so ungefähr. Und der reagiert ziemlich gut, ja. Ja, ich habe... Wie kommst du darauf? Wie ist jetzt die Woche? Wir müssen mal ganz vorne anfangen. Ich muss mich sortieren, aber es geht gerade nicht so gut. Die Woche. Was kam raus die Woche? Lass uns bei anderen Spielen beginnen. Sons of the Forest kam raus. Genau, das kam raus. Es kam am Freitag... Aber kam am Ende der Woche raus. ...komm Kerbal Space Programm 2 raus. Ja. Aber am Freitag der NDA ist da gefallen. Jetzt muss ich mal kurz in meine Bibliothek gucken. Was habe ich denn die Tage gestreamt? Habe ich wirklich nur das gestreamt? Ich weiß nicht mehr. Ja. Ich gucke mal kurz in meinen Videos. Ja. Genau. Ja, richtig. Also ich habe... Kerbal Space Programm kam am Freitag. Der Rest der Tage waren so ein bisschen durcheinander streamen. Mittwoch hatte ich Steuer und all so ein Kram. Deswegen habe ich die Woche relativ wenig gestreamt. Und Donnerstag war ja der Plan, dass wir einen Podcast aufnehmen. Das hat sich dann verschlagen. Dann hatte ich so ein bisschen komisch geplant. Dann habe ich doch nur kurz gestreamt. Also es war eine ganz chaotische Woche bei mir jetzt. Also was die Zeiten anging vom Zeitplan und so weiter. Ja. Und dann habe ich Kerbal Space Programm gespielt. Das war Freitag. Nachdem ich mich die Tage davor mit dem ersten Teil so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und am Freitag bin ich sogar auf dem Mond gelandet. Das Spiel hat mich zwar gebrochen. Kurzfristig. Ja, ja. Das Spiel hat mich kurzfristig gebrochen, weil ich habe das... Ich habe das erste Teil gespielt. Der ist noch ein bisschen weniger zugänglich als der aktuelle Teil. Ich wollte gerade sagen, ich finde den gar nicht so wirklich zugänglich. Ich finde den gar nicht, ja. Nee, ist nicht ansatzweise zugänglich. Ja, gut. Okay, gut. Und dann habe ich das gestreamt. So zweieinhalb Stunden. Und habe dann ausgemacht. Weil ich jedes Mal die Leertaste gedrückt habe, weißt du? Und die Leertaste feuert bei der Rakete die nächste Stufe ein. Also wenn du dann noch am Brennen bist und drückst die Leertaste, wirfst du halt diese Brennstufe ab. Und ich wäre zu dumm, dieses Ding zu bedienen. Also war wirklich nicht... Habe ich mich selber geärgert. Dann habe ich so langsam gelernt, wie man Planeten anfliegt. Das Spiel erklärt das ja so, wie es in Wahrheit ist. Ich dachte immer, du zündest eine Rakete. Und du fliegst darauf zu. Du musst ja so Umlaufbahnen mitnehmen und am Mond abschwingen oder wie auch immer, ne? Genau, so eine Art. Also du machst eine Umlaufbahn und diesen Bogen, den erhöhst du, indem du Geschwindigkeit aufbaust. Also bei diesem Kreisbewegung. Und indem du halt immer an dieser einen Stelle boostest, erweitest du diese Ellipse und ja. Und dann irgendwann kannst du dich dann bis zu dem Mond praktisch raustreiben lassen, wenn du so willst. Also dieser Kreis wird irgendwann so groß, dass du halt dann dich bis zum Mond raustreiben lässt. Und dann, wenn der Mond praktisch diese Umlaufbahn kreuzt, dann machst du wieder Gegenschub. Dann bremst du praktisch wieder ab und gehst in die Umlaufbahn von dem Mond. Oder auch wahrscheinlich bei anderen Planeten ist jetzt mal, ne? Dass jetzt der Mond sein muss, sei mal dahingestellt. Das fand ich super spannend. Also ich fand das wirklich spannend. Und dachte so, cool, wieder was Neues gelernt. Weil man hat ja auch so ein bisschen was von der Weltraumfahrt gelernt. Weißt du, es geht jetzt noch weniger ums Spiel, sondern dass das so gemacht wird. Ja, dass du nicht einfach, hm, dass man nicht einfach drauf zufliegt oder so. Für mich war Rakete startet straight Richtung, ja. Echt jetzt? Okay, krass, ja. Das war für mich bis, ich meine. Aber das sieht man doch auch bei, naja, gut ein Stück weit bei, wie heißt das, Elite Dangerous. So ein bisschen jedenfalls. Dann kann man sich so auch so an, abprallen lassen, sag ich mal. So Schwung, an Galaxien Schwung holen oder an Planeten Schwung holen oder sowas kann man da. Ist auch egal. Ist das so? Okay. Ich glaube, ja. Okay. Ja, aber ich wusste das, warum auch immer, wegen, glaube Apollo 13. Deswegen wusste ich das. Das kann sein, ja. Also ich denke, glaube, in diesen wirklich historischen Filmen oder so wird es bestimmt richtig dargestellt. In vielen Filmen wird es irgendwie dann nicht so. Ist auch egal. Ich fand es ganz cool. Und dann habe ich es irgendwie nicht hinbekommen, weil da wieder den Winkel zu weit und da dann zu weit geboostet, zu lang geboostet, den richtigen Moment verpasst, weil das so ein Ablaufplan ist. Weißt du, wo du auch dann nicht zu weit boosten darfst. Und dann habe ich irgendwann das Spiel mit Alter 4 beendet, weil ich dachte, ich kotze hier gleich in die Ecke und macht irgendwie keinen Spaß sowas. Es hat nur gefrustet in dem Moment und wollte schon was anderes spielen. Aber in dem Moment habe ich dann so während, das habe ich noch gesprochen, dachte schon Spiel wechseln. Und dann dachte ich so bei mir, ey, du musst es jetzt nochmal probieren, du musst es irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich mir halt immer peu à peu, weißt du, mit Speichern, F5 ist Schnellspeichern, F9 ist Laden, habe ich mich halt so vorangetastet. Und dann hatte ich immer noch genügend Treibstoff und konnte dann so, da hast du so ein Stabilisierungsprogramm, SRS heißt das, damit kannst du dich dann stabilisieren und dann gibst du immer so Gegenschub und dann muss ich auf die Meter pro Sekunde achten, wie ich auf den Mond aufsetze, weil ich keine Landebeine hatte. Ich bin praktisch auf den Triebwerken gelandet. Dann habe ich irgendwann landet und mein kleiner Körper ist ausgestiegen, hat die Flagge gegessen, hat sie im Hintern gekratzt. Das gibt es auch im Screenshot auf Discord, habe ich schon gemacht. Aber du hast die Rakete auch selber gebaut, ja? Ne, es war eine vorgefertigte. Ah, okay. Ganz primitiv. Da hat es mich ja schon ausgenockt. Also bei Rakete bauen war ich ja schon raus. Aber das ist super, also im Verhältnis fand ich leicht. Im Zweiten, weil das dieses, im Zweiten weiß ich nicht, aber im Ersten war das halt, also wie vorhin schon gesagt, überhaupt nicht zugänglich und da stand auch nirgendwo, was du brauchst oder was du nicht brauchst. Achso, ne, es gibt mittlerweile Tutorials. Es gibt mittlerweile Tutorials, die dir das beibringen. Also es ging schon, also es war schon in Ordnung. Aber das Spiel ist doch, erinnert mich schon. Es ist eher eine Simulation, ne? Ja, es erinnert mich, genau, es erinnert mich so ein bisschen an Stationers, das wir auch gespielt haben. Ja. Das ist so, wobei das halt noch ein bisschen krasser ist von dem Wissen, weil du bei einem anderen hast ja wenigstens eine Anleitung, die das irgendwie vorgibt und auch im neuen Teil so richtig mit Videosequenzen, die dir den Kram erklären. Also. Ja. Ja. Das war schon, war schon echt gut. Ja. Aber, äh, ich muss sagen, 50 Euro kostet das im Early Access. Das ist, also erstmal ist es, reden wir hier von einem, ja, Indie-Titel, würde ich mal fast sagen. Das finde ich 50 Euro einfach zu viel. Egal, jetzt unabhängig, ob das Spiel Feature-Complete war und so weiter. Und dann ist halt auch noch nicht alles drin. Das ist halt ein typischer Early Access-Titel. Ja. Und, und das finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht, also auch schon nach diesem Wild-West-Dynastie fand ich das. Ach, da habe ich ja gar nicht weiter zugeguckt, da können wir nochmal, wenn du Bock hast drüber Haben wir da schon, haben wir da noch nicht drüber? Ne, wir haben jetzt relativ lange Zeit. Ne, ne, das kam erst danach. Das kam erst danach. Das kam erst danach. Ach, du schreibst doch Protokoll, das ist gut, weil mein Kopf schreift es glaube ich kaum. Wild-West-Dynastie. Wir hatten drüber gesprochen in der letzten Folge, aber du hast, wir hatten nur darüber gesprochen, dass du es zocken wirst. Ah, ja, stimmt, 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 stimmt. Und nicht, dass es schon passiert ist, dass es passiert ist. Echt, ist das so? Ja, stimmt, wir haben die letzte Folge, haben wir glaube ich Mittwoch oder neunst aufgenommen, ist anderthalb Wochen her. Ja, also schon fast anderthalb Wochen her, ja. Ah, okay. Ja, Wild-West-Dynastie ist leider sehr early, sehr, sehr early und auch performance-technisch also unheimlich. Ja, ja, also was ich zu sehen habe, war performance-technisch schwierig, schlecht. Ja, vor allem, es macht da keinen Spaß. Also ich finde so ein Spiel, wenn du mittlerweile dann irgendwie mit 30, manchmal 25 FPS spielst, das ist halt, das gibt halt, irgendwie geht das voll auf die Augen, weil du irgendwie überhaupt keine flüssige Bewegung hast bei so einem Ego-Shooter. Also im Strategiespiel könnte man das eventuell noch verzeihen, aber bei so einem Third-Person, naja, Ego-Shooter ist ja nicht Third-Person-Dings. Ja, und dann auch Schussanimationen, total ohne irgendwie Pam-Pam, Glitches und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, ist Early Access, okay, ich verstehe den Hintergrund, weißt du, dass du bei dem Spiel eine Dynastie aufbaust, wie es bei Medieval Dynasty war, an ein Dorf hinstellst, was automatisiert funktioniert, wo Leute Aufgaben übernehmen, im NPC Aufgaben übernehmen. Und dann habe ich einen Hirsch, sollte ich schießen. Ja. Und erst mal die Hitbox von dem Bogen war so groß, also ich habe den Pfeil abgeschossen, ich denke so, es ging drüber, fällt der Hirsch um, denke ich, hä, was ist denn das? Also war wirklich so, ja komm. Ich sage, die eine Körperlänge da drüber habe ich vielleicht drüber geschossen und auch, also war ganz komisch. Und dann gehst du hin an den Hirsch und sollst den halt ausnehmen mit deinem selbst hergestellten Steinmesser. Steinmesser. Genau. Und dann geht es so, wie als machst du eine Kiste auf. Also es hat auch, es hat ja andere Spiele, haben das genauso, ne, aber da hast du wenigstens noch irgendwie eine Animation, so von wegen, aufschnüppeln, Tier, ausnehmen, weißt du, also bei, wie heißt das hier? Ach so, verstehe. Dieses Survival-Spiel, wo die Bären und die Wölfe auf dich warten und wo du Messer werfen, kannst dir in anderen Steckenbleiben, was wir gespielt haben, was so performance-technisch so beschissen lief. Icarus. Icarus, ja. Genau, Icarus. Und, ähm. Ja, das war ja richtig eklig da. Da ist es, da ist es ja genauso, geht ja auch eine Lootbox auf wie eine Kiste sozusagen. Aber du hast vorher, du hast aber vorher eine Animation, die halt so rumschnitzt in dem Tier so ungefähr. Und da geht einfach nur das Ding auf und dann liegt da ein Stück Fleisch drum, was du rausnimmst, das war's, mehr nicht. Also, dann ist wie so eine animierte, nicht animierte, so wie so eine Blutlache vom Tier, das sieht aus wie ein Stück Glas, weil es wahrscheinlich reflektieren soll, weil Blut, aber das ist viel zu wenig durchsichtig, es sieht, also, also hab ich auch gedacht, Leute, äh, naja, nee, ich glaub auch, ich befürchte leider, dass das Spiel sich nicht entsprechend erholen wird, also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also die Idee ist geil und ich hätte echt Bock drauf, aber, aber ich glaube, dass das Spiel so viele Baustellen hat. Es ist halt typisch, ne, wie die anderen hier, Lumberjack, Dynastie und so weiter von Toblitz. Leider dieses, dieses, äh, in diese Richtung geht das da. Leider, ja. Ja, Kerbal Space Programm ist soweit in Ordnung, da ist halt die Performance nicht so und es fehlen Inhalte, da hast du aber schon null Karriere drin in Kerbal Space Programm. Kommt sowas noch? Soll kommen, ja, 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 es ist eine Roadmap drin und soll ja auch dann Multiplayer kriegen, es soll sogar, du musst dann, äh, äh... Ich meine, es geht ja darum, irgendwie andere Planeten zu besiedeln, ne? Genau, das ist auch noch nicht drin, das kommt auch erst später rein. Ach so. Das heißt, derzeit hast du eine Sandbox, wo du auf verschiedene Planeten fliegen kannst, was mir auch zum Beispiel nicht bewusst war, du, diese Planeten in Kerbal sind ja fiktiv, also das war anscheinend im ersten Teil schon so, der Mond heißt Moon, M-U-N, ähm... Ach, der heißt M-U-N, deswegen, ich hab ein Video gesehen und da steht, äh, on the way to the Moon, M-U-N, und ich dachte, wä? Okay, dann, das ist bestimmt ein Witz. Ist das eine andere Sprache oder ist das ein, ist das zu lenken? Ja, naja, der meint bestimmt M-U-N. Ja, M-U-N. On the way to the Moon, okay, na gut, ja. Weil, rein theoretisch wäre es ja schon, rein von der, von der, ne, der Mars ist ja nicht mal eben, der ist ja nicht mal eben erreichbar, so. Ja, du musst wahrscheinlich noch länger fliegen, ja. Ja, ja, also... Du hast ja, du hast ja eine Vorspuloption, also du hast ja einen Zeitraffer sozusagen, damit geht das schon, aber, ja, und, aber erst mal, weil, du weißt, du hast die, was jetzt wirklich, ich find's immer noch okay, weißt du, weil das Spiel kostet 20 Euro. Und bei 20 Euro kannst du auch, weißt du, dann ist halt ein Early Access-Titel im klassischen Sinne, weil es gibt ja keinen Maßstab, es gibt ja keine Definition für Early Access. Und von daher kann ja jedes Spiel da antreten, wenn's möchte. Nur, ich denk mir halt so, wir sind ja halt in 2023, die Leute haben zumindest einen Grundanspruch an irgendwelche Spiele. Weißt du, was halt auch dumm ist, dass so viele Leute sagen, oh, Medieval Dynasty war geil, ja, aber es sind andere Hersteller, weißt du, es ist, also, ich verstehe, manchmal sind die Leute auch ein bisschen wenig, naja, gut, sind die Leute das Problem? Okay, pass auf, also bei mir war das jetzt gerade nicht klar, dass Wild Wild Dynasty und Medieval Dynasty nicht ihr gleicher Hersteller ist. Das hab ich auch beim letzten Mal darüber gesprochen, hab ich das ja erklärt, das ist Toblitz. Das ist der gleiche Publisher, aber nicht der gleiche, das ist der gleiche Entwicklerstudio. Es gibt keinen, also es gibt, soweit mir jetzt bekannt ist, gibt's bei Toblitz keinen Titel, der jetzt, wenn er nicht Teil 2 heißt oder sowas, der von dem gleichen Entwickler hergestellt worden ist. Und das ist ja auch das Problem, das hat mir auch in dem, als wir anfangs drüber gesprochen haben, ich glaub von einer Folge oder zwei, das ist ja Toblitz, aber da ist ein anderer Entwickler dahinter. Und deswegen ist auch Lumberjack Dynasty ist halt ... Ja, ist ja nicht die gleiche Qualität jemals, oder jeweils so. Und ich fand's zum Beispiel grafisch ganz geil, viele sagen, es sieht alt aus oder altbacken aus, ich fand's eigentlich ganz cool, also grafisch. Ja, grafisch hat's mir jetzt auch nicht abgeholt, also es war nicht scheiße, das stimmt. Genau, das meine ich. Es war überhaupt nicht scheiße, aber so richtig so ein Kick, so ein Alleinstellungsmarkmal habe ich überhaupt nicht gesehen, so rein jetzt nur von der Grafik, ja, wo jetzt zum Beispiel, ja gut, The Infected sieht halt extrem viel besser aus, aber es ist ja auch egal, es ist ja das andere. Ja, ich fand's ganz schick, also ich fand diese Lichterfels mit irgendwelchen Godrays und so weiter, fand ich ganz cool. Egal, auf jeden Fall, Wild West Dynasty braucht, glaub ich, noch sehr, sehr viel Zeit und Liebe, dass das sich in irgendeiner Form so entwickelt, dass ich sagen würde, das ist so spielbar wie mit Medieval Dynasty. Das wird lange dauern. Kerbel dann halt auch wieder, wobei ich da halt sagen muss, da fehlt mir irgendwie nur Inhalte, spielerisch war das eigentlich in Ordnung, da hab ich jetzt nicht größere Bugs. Ich hatte einmal, dass die Rakete sich nicht sauber abgetrennt hat bei der nächsten Stufe, also nicht abgeworfen ist, sondern dran klemmte und so weiter. Oder dass was kaputt gerissen ist, das lag aber daran, dass ich zu früh gelenkt hab, weißt du, also zu früh eingelenkt hab, oder beim Abwerfen das Ding als Bedienfehler war, genau. Ja, genau. Ja, war so ein bisschen, naja. Ja, derweil haben dann viele Sons of Force gespielt, das war ja ein Release, bei dem erstmal Steam komplett weggestorben ist für bestimmt ein, zwei Stunden. Ey, da hab ich ja auch gar nicht, also überhaupt nicht mitbekommen, so in dem Sinne, aber ich hab dann, wann ist das rausgekommen, weißt du das noch? Ich glaub, Donnerstag müsste es gewesen sein, oder? Kann das sein? Okay, weil ich hab nämlich vorher, hab ich schon gemerkt, dass YouTube schon will, dass ich auch Interesse an Sons of the Forest entwickle, weil mir da ganz viel vorgeschlagen wurde, und dann hab ich ja gesehen, was da für ein Hype um das Ding gemacht wird. Ja, Donnerstag, Donnerstag. Die Spieler von The Forest sind ja da, die haben ja da entgegengefiebert, richtig, ne? Ja, es waren, der hat einen Rekord gebrochen, gleichzeitig Spieler, irgendwie 750.000 oder was? Ja, 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 krass. Also, das war, am Abend konntest du erstmal nicht kaufen, Joe wollte es dann spielen, bist dann offline gegangen, hat anscheinend irgendwann das kaufen können. Ups. Ups. Warte mal, ich hab doch die Statistiken hier. Ähm, nee, historischer Höchststand waren 411.000, heutiger Höchststand 409.000, gerade spielen 343.000 diese Spiele. Ja, 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 ist übel, ja, sehr positiv mit 43.000 Bewertungen heute. Ja, ja. Das ist schon krass. Es geht durch die Decke und dann, ähm, also Donnerstag hab ich, hab ich ja, wollte mir Podcasts aufnehmen, hab ich Bellarm gespielt, hab dann abends bei Kron zugeguckt. Ja. Und dachte schon so, boah, ist das geil. Also wirklich, also. Das Bauern sieht irgendwie geil aus, ne? Das Bausystem ist super gemacht. Das ist nicht dieses typische Blueprints setzen und Material reinwerfen, wie man es aus dem ersten Teil kennt, sondern du, also mit so kleinen Pfeilchen, die dir anzeigen, wenn du jetzt den Stamm dort positionierst und hierhin guckst, dann macht er das und das. Also, du stellst auf den Boden, guckst hin, stellst den Stamm senkrecht. Dann stellst du oben an die Schräge, also ich kann das jetzt im Podcast ein bisschen schwer zu beschreiben, guckst du hin, dann stellt er den Stamm so wie abstützend an diesen senkrecht Balken, weißt du, in so einem 45 Grad Winkel, stellt er den da dran. Ja, und dann hebt er den hoch und stellt den anderen drunter und so. Genau, und dann gehst du an das Ende von dem anderen, siehst so eine komische Aufwärtsschleife und wenn du dann den Stamm da setzt, dann hebt er den praktisch an, stellt den anderen drunter und kürzt ihn oben mit seiner Axt noch weg, sodass der, und dieser Brocken verschwindet nicht einfach, nein, er liegt auch in diesem gekürzten Zustand, in genau der exakten Länge liegt er nebendran. Dann die Animation von Calvin, Calvin ist so ein Assistent halt, der abgestürzt ist mit, den du halt mit seinem Notizbuch da Befehle gibst, was er halt machen kann. Die Animation von Calvin, die ganze, die ganze Umgebung, diese Insel, die, dieses organische aussehende Wald, wo du in verschiedenen Biomen durchrennst, also jetzt mal unabhängig von diesem Thema, was dort Thema ist in diesem Spiel, einfach nur als Survival-Spiel, als Crafting-Spiel, wie du, er bügt sich wirklich ans Wasser, nimmt die Hand, dann hast du Wasser seine Hand, dann trinkt er aus der Hand. Es ist alles so krass, es ist alles so ein Stück weiter, finde ich, als das, was man kennt. Also nicht in Form von neuartig, aber von verbessert und Animationen sind gut und Soundkulisse ist fantastisch, also unfassbar gut. Ja, und dann, ähm, dann habe ich irgendwann rausgefunden, ah, es gibt einen Veganer-Modus. Also was du nennst, es hieß so Veganer-Modus, es hieß anscheinend im ersten Teil, du kannst praktisch ein eigen, also du kannst ein neues Spiel starten und kannst dort Startbedingungen festlegen und kannst die Feinde ausmachen. Dann hast du einfach eine riesige Insel mit Vegetation und Tieren und kannst dort machen, was du willst. Also nimmst es halt als Sandbox und baust einfach und solche Dinge. Und hast halt diese ätzenden Kannibalen und den ganzen Kram nicht. Das klingt ja schon fast interessant, ja. Ja, du hast zwar die Lokationen auf dieser Insel, also diese Höhlen und es gibt ja auch die Kannibalen, wo dann irgendwie die Reste von irgendwelchen Opfern da rumliegen und solche Sachen. Das bleibt natürlich alles im Spiel drin, aber du hast keine Feinde, die dich angreifen, die dich nerven und mit irgendwelchen Babys rumschnicken und so ein Kram. Und das finde ich gut. Und dann war es dann gestern Abend soweit und ich habe die ganze Zeit mit Slash, haben wir Streams geguckt, haben uns dann auch angeguckt und haben dann gesagt, okay, pass auf, lass uns im friedlichen Modus einfach mal reinspielen und ausprobieren. Dann haben wir gestern nur kurz ausprobiert. Ja, wir haben nicht lang gespielt. Also wir haben den Anfang ausprobiert und getestet und ja, also wirklich am Morgen, nee, morgens Montag, morgens Freit, Dienstag wollen wir dann, wir werden dann auch für YouTube was aufnehmen, die Waldveganer wahrscheinlich. Wenn wir so ein Bushcraft machen sozusagen, also mehr Insel erkunden, Gebiete erkunden, Sachen bauen, ausprobieren, ohne dass dir irgendwie so ein Eingeborener da, nicht Eingeborener, so ein Mutant oder irgendein. Und keine Ahnung, was das sind für Leute, ja. Es gibt ja zwei Arten. Es gibt die Mutanten, die von den Experimenten her stammen, also das man aus dem Ersten erkennt. Und dann gibt es noch die Kannibalen, das sind praktisch die, die auf den Bäumen rumhüpfen, wie so Primaten. Ja, ja, toll. Und die spawnen auch im Moment noch viel zu viel und solche Sachen. Geil, geil, geil. Ja. Also ich finde es grandios. Ich würde mir da halt noch ein bisschen andere Spielmechaniken wünschen oder irgendwie eine andere Story als jetzt irgendwelche Mutanten. Weißt du, so allein diese Umgebungen. Ja, die nehmen es echt für mich raus. Also das Monster-Design, wahrscheinlich weil es auch so realistisch ist und weil die sich auch dementsprechend bewegen und mittlerweile jetzt, also wenn du nur die Steam-Videos siehst, wie die halt auch reagieren auf bestimmte Arten von Schmerz, von Schaden sozusagen und wie die sich mit einem Elektroschocker stabben und dann zittern sie sich da sozusagen zum Boden. Es ist krass, okay. Aber es ist halt nicht meins. Da habe ich raus. Aber dieses, das Bauen, das sieht schon sehr interessant aus, ja. Oder sehr, sehr cool. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Also du legst den Boden dann hin, dann nimmst du einfach einen Holzstamm in die Hand, guckst auf den Boden, dann siehst du so einen geteilten Pfeil und dann nimmt der praktisch, nimmt den so locker in der linken Hand, schlägt mit dem Beil rauf, spaltet den Stamm, legt ihn hin, praktisch als Blanke am Boden. Und dann, wenn du dann, dann ziehst du eine Wand hoch und wenn du ein Fenster haben willst, gehst dann die Wand und hackst praktisch das Stück raus, was das Fenster sein soll. Und der Balken fliegt dann halt auch raus und liegt dann draußen. Also du hast dann praktisch die Reste von dem rausgeschlagenen draußen liegen und verschwindet nicht einfach wie in vielen anderen Spielen. Ja, ja, ja. Also das ist so gut. Das ist schon so Next Level. Ich hoffe, da nehmen andere Spiele sich nochmal ein Beispiel. Ja. Ja. Früher war das ja halt, ne, Rust kam, Rust hat diese Art vom Bau, so diese, wie nennt sich das? Schematiken. Ja, Schematiken gehabt, genau. Und dann, und dann konntest du da was reinstecken, dann war das fertig so. Aber das ist so Next Level, wo es tatsächlich aufbaut und aber trotzdem nicht nervig ist. Das ist ja, das Wichtige ist ja, dass es nicht nervig wird, ne. Dass du jetzt, oh, da muss ich jetzt wieder noch einen Baum und noch einen Baum und. Also das alte, in Anführungszeichen, Bausystem gibt es immer noch. Du kannst immer noch Blueprints setzen von fertigen Gebäuden, wenn du da selber das nicht gestalten willst und dann kannst du da einfach Material reinklicken. Das geht schon noch. Aber du kannst halt auch freibauen und dann kannst du das halt basteln, wie du möchtest. Also. Wichtig ist nur, dass man jetzt zum Beispiel für eine, ich weiß nicht, dass man für eine, für eine Wand nicht 15 Bäume schlagen muss oder so, weißt du? Ne, du brauchst fünf, also sind ja die gleichen Teilstücke und du brauchst, äh, fünf? Ne, das ist zu wenig. Sechs Teilstücke oder sowas pro Wand. Und wie viel gibt es einen Baum? Das weiß ich nicht so genau. Vier oder fünf, sechs? Also schon eher so. Ich würde einen Baum pro Wand, also. Ja, kann man so sagen. Okay, du bist denn schon balanced. Also ich, ich habe zu wenig reingespielt. Ich habe jetzt eine Stunde, was habe ich reingespielt, ausprobiert und sieht halt auch fantastisch aus. Diese Grafik, das Wasser, die Umgebung. Da siehst du so auf einer glatten Wasseroberfläche oder beinahe, da siehst du so gekräuselte Oberflächen. Also wie so kleine, wie soll man das sagen? Sowieso eingedellt, ne? Also, weil der Wind ja auf der Oberfläche rassig reindrückt und solche Sachen. Ja. Und in diesen Kanten gibt's dann, äh, bricht sich das Licht und dann gibt's so diese kleinen Regenbögen. Also wie das halt im Wasser halt aussieht. Das ist wirklich krass. Und halt dieser NPC, dieser Charakter, der dann immer steht und sich dann auch mal auf den Kopf schlägt, irgendwie so aufs Ohr schlägt, wo er ja anscheinend einen Schaden gekriegt hat durch den Sturz und immer mal so guckt. Oder wenn du ihm dann den Zettelchen hinlegst, weißt du, dann schreibst du was drauf und hältst ihm das hin und dann nickt er, fängt er so an zu nicken und geht dann los und macht die Aufgabe, die du ihm da gibst. Ja, geil. Ist so gut gemacht, also unfassbar. Ja, gibt's noch eine mit drei Beinen, hab ich gehört. Genau, ist die zweite NPC. Also ist eine Frau. Die dir auch hilft, hab ich gehört. Die darf man nicht unbedingt. Die kann man zwar töten, aber man sollte nicht. Ja, ist halt wie Calvin, nur dass du die erstmal überzeugen musst. Kann man Calvin auch töten? Also bei Joe rennt die Dame zum Beispiel rum, im neuen Kleid hatte, hab ich heute gesehen im Stream, hatte ihr neues Kleid gekauft, weil das da nicht so ganz I see her nipples, weißt du so. Und dann hat er ihr eine Schrotze in die Hand gegeben. Dann läuft da durchs Camp mit der Schrotze und ja, also es ist, es ist sehr interessant. Also muss ich wirklich sagen, ich konnte nicht widerstehen. Ich hab dann doch gedacht, okay, wenn es jetzt diesen friedlichen Modus gibt und nicht diese Mutanten, die nerven, klar nimmst du dir vom Spielmessers raus, aber zum derzeitigen Zeitpunkt ist es wohl noch so, dass die Story sehr schnell durch ist. Bis in zehn Stunden durch. Es gibt auch keinen Bosskampf oder ähnliches. Ach, derzeit. Derzeit ist noch. Earl Access. Genau, die sind in Earl Access gegangen und es fehlen noch Baugegenstände, die du halt, du kannst halt teilweise Sachen finden. Also Joe hatte zum Beispiel die Motorsäge, habe ich zum ersten Mal gesehen bei Joe. Ist diesmal eine Elektromotorsäge, die ist dann so ein bisschen unspektakulär vom Ton. Dann hat er einen, das fand ich auch geil, hat er eine abschießbare Seilbahn, also wo du das Seil für die Seilbahn mit so einem, wie so einem Enterhaken wegfeuerst. Und dann kannst du dir praktisch so Ziplines ziehen, wie du willst. Und die sind aber nicht, dass du physikalisch in eine Richtung rutschst, sondern die transportieren nicht praktisch von links nach rechts. Das ist wie eine Seilbahn. Und dann kannst du die spannen, dann hat er praktisch von seiner Basis, Joe baut gerade auf dem See eine riesige Basis, zieht dann ein Seil bis rüber zu den Bäumen, dann fällt Calvin drüben die Bäume und er nimmt die Baumstämme und hängt die an diese Seilrutsche dran. Und die Seilrutsche transportiert die Baumstämme wieder zu seiner Basis. Das ist natürlich geil, ja. Und es gibt riesige Canyons und schneebedeckte Berge und es gibt Jahreszeiten. Du bist am See und dann kommt der Winter und dann friert dir der See zu. Dann kommst du nicht mehr ans Wasser ran. Ja. Und solche Kleinigkeiten, weißt du? Das habe ich schon gesehen, ja. Krass. Im Moment bin ich begeistert. Jetzt unabhängig, ob das eine Story hat, das ist mir völlig Latte. Ich will einfach nur so ein bisschen basteln, weißt du, in der Natur da rumwerkeln und das Spiel entdecken. Also wirklich cool. Und wirklich, es ist ja so, wenn du mal in Steam übergehst, also wo du die Aktivitäten deiner Freunde siehst. Da ist nämlich die halbe Wand, ne? Jeder. Ich habe gesehen, hier Sven, liebe Grüße an Cocaine an dieser Stelle, hat sich's gekauft, Stengi, also jeder, der meine Freunde, also so gut wie jeder meiner Freunde ist, an dem einen Tag habe ich eine Wand an Suns of Forest, Suns of Forest, Suns of Forest, Suns of Forest durchgescrollt. Jetzt hier sehe ich gerade, Dizzy hat sich Suns of Forest gekauft. Echt? Ja gut, also wenn das... Es ist echt krass, also, Woody hat Suns of Forest. Ja, okay. Denn mach doch, mach doch alle. Moonday hat Suns of Forest. Nur Mario Schroeber ist wieder der Spalter. Ja, und ich auch. Der Bar-Cop-Blood-Blood-Blood-Blood-Blood-Blood-Blood-Blood-Blood. Ja, Moonday Schroeber ist da halt, der ist da anders. Alter. Okay, krass. Ja, ist echt krass. Ja, ich gucke das hier, ich sehe hier gerade bei Joe, weißt du, ich habe so ein bisschen in den Stream rein, in den letzten Stream rein gesappt hier und tatsächlich sieht man, eben mal die Strohflintern und dann halt auch die Seilrutsche habe ich hier direkt erwischt. Ja. Ja, der baut gerade so eine fette Seebasis. Ja, genau. Die Frage ist, ob nach dem Winter, ob die denn schwimmt, sozusagen. Nee, nee, der hat ja gebaut, wo nicht der Winter war. Ach so, und dann war Winter, ist jetzt sozusagen eingefroren und da, oh, das ist ja interessant. Ja, okay, also das ist so Next Level, was so Map-Design angeht, was so Bauen auch angeht. Ja, also Bausystem würde ich sagen, Next Level auf jeden Fall. Ja, die Tiefe, die Tiefe bin ich mir unsicher, da habe ich zu wenig von gesehen, aber ... Also scheinbar, ne? So, scheinbar die Tiefe. Scheint nicht schlecht, schreibe ich mir. Ja, das ist ein riesiger Erfolg, also gleichzeitige Spieler, dass sie da dieses, also für so einen Early Access finde ich schon echt gut. Ist wohl gut. Aber es ist halt wenig Inhalt, aber es stört mich halt wiederum nicht, weil ich gar nicht an dem Inhalt interessiert bin, weißt du, sondern einfach da im Wald. Gut, ja, genau. Also da sind wir ja gar nicht. Also von da ist mir egal, ich nutze es halt als Sandbox, um irgendwie im Wald Dinge zu bauen und so. Ist ja auch okay, mir langt das. Sagt einer, es ist ihm langweilig, aber jeder spielt, wie er mag, ne? Kann er ja machen. Ja, schön. Gab es sonst noch irgendwas Neues in der letzten Woche? Da müssen wir ja jetzt nicht nur über Sons of the Forest reden. Aber ich glaube nicht, ne? Da kam nichts draus. Ne, ich habe, was habe ich gemacht? Ne, ich hatte die Woche eigentlich viel zu tun. Wir hatten in der Firma viel zu tun, weil Gott in die Welt sich krank gemeldet hat oder Urlaub oder Dings war. Dann Mittwoch Steuern, da war ein kompletter Tag weg. Donnerstag war ja auch so ein halber Tag, da habe ich noch schnell gestreamt, habe gesagt, ich muss um 18 Uhr weg. War ja dann auch nicht. Montag war frei. Dienstag war der einzige Tag, wo ich gestreamt habe und Freitag habe ich Körbel gemacht, genau, ja. Ja, genau, so. Also, wenn ich Zeit hatte, habe ich wieder ein bisschen Daisy gespielt, immer noch, aber super wenig, also super, super wenig, ehrlich gesagt. Leider. Das macht mir wieder Spaß, macht mir wieder Laune und ich warte jetzt eigentlich auf Nightingale. Also, das ist das, was mich jetzt gerade... Ich denke mal, es kommt eher Ende des Jahres. Ja, sie haben geschrieben Anfang des Jahres, beziehungsweise im ersten Quartal, was ja jetzt bald das Ende beginnt des ersten Quartals schon. Moment, was haben sie gesagt, dass es im ersten Quartal kommen soll? Im ersten Quartal, 23 soll es kommen, ja. Echt? Ich habe doch gar nichts gelesen, nichts Konkretes. Nee, 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 es gibt nur ein, so eine vage, ne, eine vage Aussage dazu, aber kein, also ich habe auf jeden Fall kein Ende des Jahres gehört, dann hätte ich das jetzt nicht... Nein, weil es keins gibt, es war meine Vermutung, dass Ende des Jahres alles kommt, weil das wäre, ich glaube, dass das nicht so weit... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, lassen wir jetzt so stehen. Ansonsten warte ich da gerade auf nichts. Und spielen. Ja, genau, und spielen, was mich da jetzt gerade... Ja. Hyped. Hyped? Ich freue mich natürlich für die Leute, die die Sons of the Forest spielen. Ist das schön für euch? Macht doch. Also, nein, ist das schön. Ist doch schön, dass das auch endlich, weißt du, das ist ja auch gut, dass es endlich ein gutes Spiel ist. Also nicht... Ja. Sondern, dass es ein gutes Spiel ist, rauskommt, alle finden es toll, läuft, ist für jeden was dabei, irgendwo. Also, das muss ich auch sagen, weil nach den ganzen... Und der kostet nur 28 nebenbei und nicht irgendwie 50, 60, ne. Genau. Also, das ist schon gut. Also, das ist ja eine Philosophie, wie Entwickler ihre Spiele bepreisen, ne, und das muss ich auch sagen, da kann man ja auch noch drüber streiten, aber... Bei Kerbel muss ich sagen, sehe ich nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir hier von 50 Euro Kerbel reden, gibt es mittlerweile die meisten AAA-Titel, die kosten 69 Euro. Das sind die neuen Preise. Das ist der neue Preis, ja. Wobei man jetzt sagen muss, als ich klein war und hatte noch Konsolen, hatten die 140 Mark gekostet. Also, ein SNS-Spiel hat damals schon so viel gekostet. Ja, 120 Mark. Ja. 100 Mark. Da war das Gang und Gebe, dass das diese Preise hatte. Und durch diesen ganzen Early Access und Indie-Titel ist man natürlich gewöhnt, dass Spiele relativ günstig sind. Aber wenn jetzt ein FIFA um die Ecke kommt und will 60, 70 Euro oder irgendein AAA-Titel, wo man es halt gewöhnt ist, dann kann ich das irgendwie... Oder verstehe ich das, aber wenn ein Kerbel-Space-Programm, was ich als recht nischisch ansehe, das verlangen will, dann weiß ich nicht, wie das die Fans sehen, die das schon ein Jahr lang gespielt haben. Also, ich finde halt, wenn man... Ich weiß doch nicht, was der erste Teil so gekostet hat, aber... Du bringst einen zweiten Teil raus. Nee gut, du kostest auch 40. Also, jetzt mittlerweile, ob er damals das gekostet hat, plus die beiden Add-ons, bist du aber auch bei 70 Euro. Aber das ist halt die Frage, weißt du, wenn du jetzt einen Early Access-Drittel raushaust und der hat halt noch nicht mal die Features, die der erste Teil hatte... Weißt du, also wenn es ein Grafik- und Bedienbarkeit-Verbessern ist und du nimmst da nochmal ein Fofi obendrauf, finde ich das einfach ein bisschen... Da muss man doch die Leute auch belohnen, wenn sie so früh einsteigen, finde ich. Ich meine, wie gesagt, jeder Entwickler sieht das anders, aber für mich finde ich es völlig fair, wenn du sagst, hey, das Spiel ist noch nicht Feature-Complete, du kannst jetzt schon mal investieren. Jetzt kostet es 30 Euro. So, und jetzt haben wir die nächste Patch-Welle, jetzt kostet es 50 oder sowas in der Art. Das wäre eine ziemlich faire Lösung. Also finde ich nur richtig, die, die früh einsteigen, kriegen halt für kleines Geld ein kleines Spiel oder einen kleinen Teil vom Spiel und die später einsteigen, kaufen halt den Vollpreistitel. Ja. Wenn das den... Hier, No Man's Sky hat gerade wieder ein Riesen-Update gekriegt, das Fraktal-Update, eins der größten Updates seit langem, wieder irgendwie 8 Gigabyte. Wirklich, und die verlangen ja nichts. Weißt du, was da jetzt genau drin ist? Kannst du mir das genau, kannst du mir das sagen? Nee. Also richtig habe ich es nicht verstanden, was da drin ist. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, nee. VR wurde verbessert, weil ja die Sony-Playstation-VR rausgekommen ist. Ja, das ist doch VR 2, irgendwie genau, für Playstation. VR-Bedienbarkeit und irgendwas anderes war noch, ich weiß nicht mehr. Irgendwas wurde überarbeitet. Ich glaube, die Spawn-Systeme oder Kreiersysteme von den Planeten oder sowas in der Art. Irgendwie sowas, ja, das kann es auch sein, genau. Ja, aber auf jeden Fall krass. Und wenn du dir da die Kommentare durchliest, dann hat sich ja das auch um 180 Grad gedreht, was die Meinung zu dem Spiel angeht. Und auch das Feiern dieser ganzen Updates, die dann kamen und Erweiterungen. Die wollten ja seitdem auch nie wieder Geld haben dafür so, wo andere für die Hälfte davon richtig Kohle verlangt hätten müssen. Das ist schon krass. Aber ich finde auch, die haben es jetzt auch gut gemacht. Ich finde auch, die können jetzt auch aufhören damit und sagen, okay, beim nächsten Mal kostet es halt wieder Geld. Finde ich. Das fände ich nur fair. Weißt du, weil haben sie sich irgendwie auch verdient. Geld, aber wahrscheinlich werden sie dann wieder gecancelt, weil dann bestimmt jeder kommt, ja, jetzt weiter Geld. Ja, ja gut, aber ich finde es irgendwie, ich finde es erschreckend, dass so viele Spiele so halbfertig rauskommen. Das sind ja nicht nur die Indie-Titel, die mich jetzt interessieren, sondern das sind ja auch teilweise die Titel, die großen Titel, die rauskommen, die halt teilweise einfach Grütze laufen und so weiter. Ach, die Atomic Heart kam raus letzte Woche. Ja, das ist ganz gut bewertet. Wobei sie da gesagt haben, im Late Game wird es dann so ein bisschen repetitiv und langweilig. Aber das war auch ganz gut, ja. Ich habe mir so ein Video angeguckt, wie das Spiel finanziert wurde und wird und wer da so mit drin steckt und tatsächlich ist das von, also es wird von ganz oben gesponsert und seid mir nicht böse, wenn ich es jetzt so hart sage, wie es ist, aber wenn du das Spiel kaufst, dann geht das Geld an den Staat und der Staat finanziert damit. Das wurde aber widerlegt durch die Games da, das Video hast du ja auch angeguckt, oder? Weil die haben es ja, okay, weil die haben es ja nochmal gezeigt. Also die Firmen, die dahinter stecken, sind halt staatliche Firmen. Ja, teilweise, ja. Ja, ja, Punkt. Teilweise reicht das schon, also. Ja, aber das ist, ja, ja, das ist, das ist wie mit, dann ist auch Harry Potter mit J.K. Rowling unterstützt. Natürlich. Weißt du? Ja. 100 Prozent. Weiß ich nicht, ist jetzt nicht das Spiel, was mich interessiert, aber. Natürlich kriegt die davon Geld. 100 Prozent. Da sind die Informationen halt auch, weil bei Games da fand ich es sehr plausibel, die haben es zumindest gut erklärt, ob die recht haben, weiß ich nicht. Die haben gesagt, das ist Quatsch, das ist genauso, als würdest du Fallout unterstellen, dass sie Atombomben-Tests unterstützen. So haben sie es gesagt. Ja, okay, das gucke ich mir gerne nochmal an, aber wenn eine staatlich finanzierte Firma das Spiel unterstützt, also dass der Medienkonzert Russland sozusagen dieses Spiel aufbaut, dann ist das nun mal so, dass sie dafür Geld haben werden wollen. Und auch wenn man nicht das glauben möchte oder auch wenn man, auch wenn die sagen, nein, ist nicht so, das ist halt eine staatliche Firma und wir reden über Russland, sorry. Da glaube ich nichts. Ich weiß zu wenig, ich habe das eine Video gesehen und da wurde es halt erklärt, wie die zusammenhängen, dass es halt der eine Sponsor ist und es kommt ja nur darauf an, also gerade jetzt zumindest in Deutschland, wenn da der Medienanstalt Brandenburg oder wie sie heißen, die ja auch ganz viele so Indie-Titel unterstützen, das machen, die kriegen ja kein Geld dafür. Die geben ja Geld, damit ein Spiel entwickelt werden kann. Ja, das ist in Deutschland so, das stimmt, ja. Ja, also deswegen, ich kenne mich da zu wenig aus, ich weiß es nicht. Ist mir auch herzlich egal, weil das Spiel mir herzlich egal ist, weißt du? Ja, tatsächlich ist mir auch komplett egal. Genauso wie Harry Potter ist mir das Spiel relativ Latte, weil es interessiert mich nicht wirklich, weil ich habe es gesehen, ich finde es jetzt nicht überragend, es hat eine sehr, sehr schöne Grafik, es muss spielerisch sehr gut sein, das scheint Harry Potter der gleiche Fall zu sein und genauso interessiert mich das halt null. Weißt du, also auch im Nachgang nicht. Ich dachte ja am Anfang, als dann die ersten positiven Berichte kamen, oh ja, schade, vielleicht doch ein gutes Spiel verpasst, aber nee, es ist einfach ein Story-Spiel und da weiß ich ja, dass ich auf jeden Fall nicht für meine Begrifflichkeit nichts verpasst habe. Ja, aber was ich trotzdem ätzend finde, ist, dass in letzter Zeit so viele, so halbgare Spiele wieder rauskommen, weißt du, dass so die Sorgfalt der Entwickler, also wenn ich jetzt die Early Access Titel in letzter Zeit mir so angucke, hatte ich im letzten Jahr hatte ich nicht diese Enttäuschung in der Form, wie ich es jetzt habe, weißt du? Also Wild West habe ich mich einfach sehr darauf gefreut, weil das ein Spielprinzip ist, was ich geil finde von der Idee her und irgendwie im Western da rumrennen, auch nicht schlecht und fand es eigentlich so ganz durchschnittlich gut, aber es sind halt zu viele Ecken und Kanten, dass es irgendwie Spaß machen würde oder dass man Bock hat, da weiterzuspielen. Mir geht es so. Körbel genauso, muss ich sagen, dass da keine Karriere drin ist, die mich so ein bisschen motiviert, die nächste Rakete zu bauen, weißt du? Das finde ich so ein bisschen schade, weil das gibt es halt im ersten Teil, wo du wirklich halt dann mit den Mitteln, die du erwirtschaftest, dann irgendwie weiterkommst und größere Projekte starten kannst. Ja, 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 gut, ja. Das finde ich irgendwie, aber soll ja kommen, also, ja. Und ansonsten sind halt diese sehr, sehr guten Indie-Titel, die ich auch dieses Jahr schon angezockt habe, weißt du, die einfach zeigen, dass auch noch nicht mal released, sondern in der Demo gespielter Titel Bock auf mehr macht, ja, wo einfach das schon stimmt und das ist halt so ein Missverhältnis für mich. Gerade teure Titel, auch teilweise sehr sauteuer, aber sind durchschnittliche Wertungen. Company of Heroes war jetzt gut. Das haben sie auch nicht. Das ist Company of Heroes, ja. Ist jetzt auch ausgeglichen, okay, hat sich anscheinend nochmal, ja. Hat anscheinend nochmal eine Cancel-Seite gekriegt, echt, ja. Ja, ist natürlich komisch. Ja, hier, auch das Octopass-Traveller, ne? Gut, da ist Queer Jennings dahinter, aber auch kostet 60 Euro. Für so ein 2,5D-RPG. Für ein 2,5D? Ja gut, die Grafik kann jetzt nicht der Maßstab für den Preis sein, aber es ist halt jetzt auf den ersten Blick, ist es halt ein, wie als würdest du Secret of Mana oder so nochmal spielen. Ich meine, das ist sehr, sehr gut, der erste Teil war grandios und das ist Square Jennings, die wollen halt viel Geld. Sag mal, kann es sein, dass für das Spiel hat doch Marty Fischer Musik gemacht? Nein, der hat eine Kooperation gehabt, wo er das nachgespielt hat, meine ich. Okay. Das ist Queer Jennings, wir gehen doch nicht an irgendeinen deutschen YouTuber und sagen, mach mal einen Song dafür. Ich glaube, der hat nur einen Song gemacht im gleichen Stil, wie er das ja immer macht. Okay. Also, weil er auch, na gut, er hat auch Werbung gemacht dafür das Spiel. Ja, der hat eine Kooperation gemacht. Aber der hat wahrscheinlich einfach nur... Ich glaube, der hat das nur nachgemacht oder wie geht, der macht doch immer so... Ja, so ein Ding habe ich übrigens jetzt hier in der Linksbeschreibung schon drin. Ah ja, cool. Selbst gemacht, der heute hat der Trainer. Track, ja. Weil er hat mit Deichkind zusammen, hat er sowas gemacht. Wie geht eigentlich Deichkind? Und dann hat er mit dem Typen von... Ich weiß schon, wie er nicht wieder heißt. Das Urgestein, der schon immer bei Deichkind war. Der Alte, die sind alle halt. Hat er zusammen Musik gemacht. Und das ist cool, weil du dann auch irgendwie feststellst oder sehen kannst, wie so ein Deichkind-Song entsteht. Weil der Typ sagt, weißt du, was wir noch brauchen? Wir wollen auch noch dit, dit, dit. Wir machen mal hier dit. Und dann spielt er am Klavier kurz... Also am Keyboard so, macht er irgendwie noch einen Sound rein. Und dann... Es gibt ein gutes Interview noch danach. Sehr geil. Ich weiß nicht, wie der Kanal heißt. Da hatten wir auch den mit Markus Kafka und Sido, hatten wir doch, hatte ich mal verlinkt, das Gespräch. Der Kanal, der hat jetzt auch so ein Interview gemacht zwischen den beiden. Und sie haben sich nochmal darüber unterhalten. Da kamen die gerade davon, wo sie diese Musik gemacht haben. Und das Video, was du heute verlängst, da gibt es praktisch noch ein Folgevideo, wo sie dann im Talk sitzen und sich unterhalten, über Musik machen. Und der von Deichkind sagte auch, das ist überhaupt gar nicht meine Art, normalerweise Musik zu machen. Bei denen braucht halt so ein Song mal ein Dreivierteljahr und nicht ein Nachmittag. Und erklärt das auch so. Ach so? Okay. Ich wusste, dass die danach noch irgendwo hingegangen sind, weil die das in dem Video sagen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Und, ähm, aber es hat sich so, so human, also so, weißt du, nicht human, sondern... Homogen? Homogen angefühlt. Mhm. Wie die da zusammenarbeiten und wie der eine darüber nachdenkt und dann hier noch ein Klick und da noch ein Hi-Hat oder was auch immer. Und dann brauchen wir noch einen Boss und, ja. Und dann auf einmal ist es ein Deichkind-Song. Also es hat wirklich einen Deichkind-Song. Und der kann man mal machen. So hieß der Glückser. Richtig cool, ja. Also ist in der Podcast-Beschreibung bzw. der Link ist drin. Guckt euch das Video an. Ich finde es toll. Wie geht eigentlich Musik mit Deichkind? Ja. Was ist das andere? Das ist Not Happening? Das müsste dann danach kommen. Wahrscheinlich chronologisch. Okay, also dementsprechend sind wir jetzt, ähm... Nee, nee, so weit sind wir noch nicht. Also, muss nicht. Kopfmäßig bin ich schon lang. Bin ich schon... Ist die Folge schon hochgeladen. Und ich liege im Bett. Naja, gut. Was, was, äh, was strebt noch an heute? Heute? Heute will ich ins Bett gehen. Nee, ich meine jetzt sowas, was... Ach so, von Themen allmässig. Boah, keine Ahnung. Ich bin, ich meine, wir sind im März jetzt, ne? Das ist eigentlich soweit, ne? Ja, im Endeffekt, ja, ja. Sind wir im März und das Jahr ist noch offen. Und wenn man jetzt sieht, was jetzt in letzter Zeit rausgekommen ist... Boah, also ich freue mich auch auf viele Titel. Also, Fabledom hat noch mal uns jetzt getwittert, es gibt einen Screenshot-Hide-UI-Modus, also das Interface ausblenden für bessere Screenshots. Habe ich natürlich herzlich bedankt für. Ich hatte den Entwickler ja direkt geschrieben, am Tag, wo ich die Demo schon hatte. Das war ja so, eine Woche vorher durfte man ja schon reinspielen, ohne irgendwie drüber zu reden. Und dann habe ich das so gezockt und sehe die ganzen Details und habe dann direkt an dem Abend noch, wo ich es angezockt habe, eine Mail verfasst, hier, wäre total geil, wenn ihr das Interface ausblenden könntet. Ah ja, gebt doch mal weiter. Und dann twittern sie auf einmal. Also, eine Antwort, die kriegt ihr ja geil. Haben sie sich verlinkt? Nein, 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 die haben mich nicht mich angeschrieben, haben gesagt, wir machen da ein Ding. Nee, nee, aber dass du dich vielleicht ... Ich habe drunter geschrieben. Das ist the most important thing to hide the UI for better Screenshots and can't wait to play further. Bla, 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 ja, genau. Geil. Aber es ist ein kleines Entwicklerstudio, da geht das halt noch, da bist du halt noch direkt dran. Und das ist halt auch LXS, wie es mir am besten gefällt. Also, jo, da sind wir wieder zurück. Leicht technische Schwierigkeiten. Mir ist gerade erst mal Discord abgeschmiert. Und ich konnte den Fleischhörner nicht mehr hören. Und naja, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt sind wir wieder da. Du hast gerade angesetzt von dem Spiel Wayne. Hast du in deinem YouTube-Verlauf gesehen? Ich hatte gesagt, wo wir jetzt bei Early Access sind. Und mir wurde über YouTube Wayne vorgeschlagen. Ein Zombie-Apokalypsen-Survival-Ding, wo es schon Devlogs so gibt auf YouTube. Einige sogar schon entwickelt hat schon mehr. Naja, fünf, sechs Stück habe ich gesehen. Genau, ich habe mir auch alle angeguckt. Und tatsächlich sieht es sehr ... Hast du gespielt? Nein. Okay. Es sieht soweit sehr gut aus. Und was die so gemacht haben bisher, ist sehr interessant. Was schon drin ist, ist sehr interessant. Und was die noch machen wollen, auch interessant. Also, ich habe auch schon mehrere Videos jetzt vorgeschlagen gekriegt, dass das wohl ein sehr gutes Spiel sein soll. Ich persönlich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt. Aber sie wollen sich an Projekt Zomboid anlehnen. Ist aber Unreal 5 Ego-Shooter. So, weißt du, das ist ... Ja. Sounds good. Spiel es einfach mal. Dann gucken wir und dann reden wir nochmal. Ja gut, vielleicht erinnert ihr, gut, der aktuelle Zustand. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Und die haben das vorher nicht gemacht. Das muss man fairerweise sagen. Also, das Spiel ist halt noch ... Das ist early, early, early. Also, da können wir noch kein Geld für verlangen. Es gibt eine Demo auf Steam, die kann man zocken. Genau. Die ist noch kostenlos und die bleibt so lange kostenlos, bis die denken, dass die eine Art ... Spiel haben. Dass sie da ... Genau. Dass da auch Content drin ist, womit sie selber zufrieden sind. Weil sie sind selber halt Spieler. Also, was ich sehr interessant finde, ist das, was sie sich vorstellen. Ich glaube nur, dass das zu viel vorgenommen ist. Weil das wirklich ... Du hast Fähigkeiten, um einem ... Verhältnis zu riechen, um festzustellen, was sich drin befindet. Das ist so ein Feature, was ich beeindruckend fand. Also, dass du Kanister auch nimmst, schnupperst dran und dann riechst du ... Das ist halt eine super neue Engine halt auch, ne? Also, mit ... Engine? Nee, die Engine ist Unreal. Ja, Unreal 5. Du meinst ... Ja, aber da gibt's ja einige Spiele schon. Ja, gut. Natürlich. Aber die gibt's noch nicht lange. Und da wurde noch nicht alles sozusagen ... Ja, aber wir reden von einer Versionsnummer. Das ist sehr zugänglich. Ja, das stimmt schon. Aber Unreal Engine selber, um die da jetzt ... Ich will dir auch nicht reinkrätschen, aber die Unreal Engine selber gibt es schon länger. Ist ja nur eine neue Versionsnummer mit neuen Features und sieht besser aus. Das ist ja keine normalen ... Komplett neu. Das ist ja nicht ein neu erfundenes Rad, sondern das ist ja eine Erweiterung der vorhandenen Sachen, die einfach besser aussehen und mit neuen Möglichkeiten. Und wenn du das mal spielst, dann hast du halt wirklich ein sehr frühes Day-Z vor dir, so. Ja, ich bin voll bei dir. Also, ja, wie gesagt, also die sagen hier aber auch ganz klar, dass das noch so ist und sowas. Ja, ja, klar. Sie verlangen kein Geld. Ganz klar, genau. Was sie vorhaben oder was sie nicht vorhaben und ... Ja, ich hab schon schlechtere Spiele gesehen, die Geld haben wollten. Sagen wir mal so, ne? Ja, ja, solche Spiele kommen ganz oft raus und sind dann vom Playway irgendwie supported und ... Ja, es ist ... Also, ich geb dir da absolut recht. Was ich halt wirklich spannend finde, ist die Features. Also, was sie halt planen reinzubringen und was jetzt auch schon drin ist. Also, ich hab da in diesem Entwickler-Video, leg da irgendwie die Hand gerade in die Mikrowelle und ... Ja, genau. Das führt da dazu, dass die halbe Küche fehlt. Hier, ich gucke, da schießt das Bein ab halt so, oder? Das war schon, okay. Na gut, das wär jetzt nichts, was in keinem anderen Spiel schon vorgekommen wäre. Ja, nee. Und dann legt er sich hin und kriecht halt weiter. In vielen Spielen ist es noch nicht auch vorgekommen. Ja. Also, der Sieg kann's nicht. Also, ich finde halt, dass die ... So Sachen, die am Kanister riechen, um zu gucken, was da für eine Flüssigkeit drin ist, dann kannst du ja ... Am Anfang, wenn du einen Charakter erstellst, hast du so verschiedene Möglichkeiten zu sagen, du hast eine Erdnussallergie, du hast eine Laktoseintoleranz. Das heißt, du kannst auch in der Welt nicht alles trinken. Genau, genau. Und das ist so dein Charakter, so Rimworld-like, so, weißt du, mit Vor- und Nachteilen unterwegs ist. Und dann ... Ja. Es ist, wie du sagst, Project Zomboid ist eigentlich schon der ideale Vergleich, das Ganze in 3D. Leider, also ich hab das schon irgendwie, oh, wann war das? Juni 2022 hab ich das zum ersten Mal gespielt. Also, irgendwann letztes Jahr hab ich schon mal die Demo ausprobiert und hab's dann direkt wieder deinstalliert. Und auch diesmal war's so, das Video gesehen und dachte, oh, die haben sich ja weiterentwickelt. Hab reingespielt und hab gemerkt, ah, gut, ist alles noch sehr ... Ja, Multiplayer geht nur so experimentell. Hat aber einen. Im Gegensatz zu ... Ja, nee, funktioniert ... Das ist irgendwie so total komplex. Da musst du bei der Konsole, musst du da irgendwelche Open-Befehle ... Ah. Und es ist ... Nee. Theoretisch hat sein, hat aber nicht funktioniert. Ich hab echt alles probiert. Und ich hab ja schon so manchen experimentellen Multiplayer-Server ausprobiert und wir haben's nicht hinbekommen. so um zu spielen. Okay. Aber das liegt jetzt natürlich auch vielleicht einfach an der frühen Version. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie das so durchziehen und das wirklich so hart entwickeln, ist das auf jeden Fall zumindest vom Gameplay her interessant. Zumindest erst mal, genau, man sollte es im Auge behalten. Weil grafisch sieht's halt im Moment halt aus wie, naja, also wenn das Unreal Engine 5 ist, dann nützt die Engine nix. Ja. Weil das hast du damals schon ... Wie ist das Spiel, was wir mit Sven immer gezockt haben? Ist auch dieses Open-World mit einer festen Karte, wo man auch ... Five of the Night? Nee, das kam viel später. Früher. Das ist auch ne ... Boah, wie hieß dat denn? Na, ist egal, krieg ich das nicht hin. Brauch mal nicht drüber rätseln. War auch so in der Art, auch so Day-Z-ähnlich und das ist ja vergleichbar. Ja gut, da gab's ein paar hundert, glaub ich. Da gab's mal hundert, ja, ja. Ähm, Wayne. Wayne interessiert's. Wayne. Aber ich fand, äh, ja, ich fand die ganz sympathisch und ich glaub, äh, das ist gut. Das kann was werden, also es könnte was werden, Punkt. Ja, genau. Ich find, also ich find die Entwickler-Videos geil, weil der Typ hat eine sehr gute ... Genau. Ähm, äh, spricht gut, hat einen guten Ton, hat ein gutes Bild, erklärt ausführlich sein Spiel und das find ich super sympathisch, weil ich kenne mich an die Funpims und, äh, Joel Hoenex himself hat dann irgendwelche in der Küche mit Echo des Todes aufgenommen. Hello. Ja. Also das war echt für den Arsch. Das ist halt dann, das geht auch anders. Ja. Wir haben jetzt neues Merch, übrigens muss man gucken, im Show. Hm, ne, ganz im Bierdeckel. Bierdeckel mit Seven Days drauf. Keine Ahnung. Ja, es ist, also es ist spannend. Du hast jetzt das Video, was hast du da woanders ins Video? In die Podcast-Beschreibung? Nee, ich wollte. Nee, ich hab, äh, das war Deichkind. Deichkind hab ich in die Podcast-Beschreibung. Ah, okay, verstehe. Wir können ja mal das Spiel und die Demo verlinken, oder? Das können wir machen, ja. Ist das offen, sonst mach ich's rein. Ich mach das. Okay. Ähm, lass uns zu was Positivem kommen, wenn wir noch ein Thema haben. Ja, geil. Du hast in der letzten Folge, hast du Welcome to Wrexham vorgestellt. Ja, genau. Hast du davon gesprochen, dass es auf Disney Plus läuft. Und ich hab gefeiert. Und wir haben's durchgeguckt, an dem Wochenende danach. Wir haben Freitag begonnen und haben dann Samstagmittag, waren wir dann durch. Und es ist so krass, weil du bist diese Art von Filmen gewöhnt, jetzt mal unabhängig auf Demo, äh, Doku oder, oder real, äh, oder fiktive Erzählungen, so wie. Du bist ja immer gewöhnt, dass es ein Happy End gibt. Ja, gar kein Happy End, ne? Und es ist so, so ganz wenig Highlights, wo du denkst, so, jetzt läuft's mal rund. Nein. Und deswegen freust du dich ja, weil ich, weißt du noch, ich erzählte damit, dass ich mich über ein Tor gefreut habe. Ja, ja. Ging uns genauso. Ging uns genauso. Wo du dann auch mitfeierst. Also, ja. Die Frau hat mir gestern, war's glaube ich, oder heute Morgen, war's, hältst du mir das Handy hin? Ich hab mich gespoilert, hält mir das Handy so hin? Und dann siehst du, Raxim gegen Dings, hat sich die Ergebnisse der Spieltage angeguckt. Nein, nein, wirklich, warum macht sie das? Ja. Ich mach das extra nicht. Ich mach das extra nicht, weil ich mich so freue auf das Ding. Ja, jetzt fängt ihr die neue Sorgung erst an, also ist jetzt ganz frisch. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ähm, hab ich zur Frau da gesagt, lass uns FIFA zocken, sagt sie, okay, wenn ich Raxim spielen kann, spielen wir FIFA. Das ist auch so ein Coup. Raxim reinkriegen in FIFA. Ja, ja. Das ist auch ein Coup. Ich weiß nicht, ob die vorher schon drin waren. Ja, klar. Nee, du kannst aber nicht alle, 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 äh, du kannst nicht alle spielen, meine ich. In FIFA nicht? Nein? Nee, ich glaube nicht, du kannst, ich glaube nicht, dass du alle Mannschaften spielen kannst. Aber ich bin mir jetzt auch... Das würde mich wundern. Also wird nicht der, 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 der Regionalverein sein oder sowas? Das glaube ich nicht. Aber doch, ich denke schon. Oder? Die werden jetzt nicht wegen Raxim da auf einmal den, wie heißt die, wie heißt die Bereitsliga? Die sind auf jeden Fall nicht unter Wales, sondern unter, äh, Rest der Welt oder sowas drin. Ja, Rest of the World ist ja immer der Teil, wo die ganzen kleinen Vereine drin sind, genau. Und das hat er auch in dem, in dem Video gesagt. Also da kann ich mich noch erinnern, es gibt auf jeden Fall, ich meine aber das ist zumindest namentlich, die, die, also sofern du die Lizenzen hast, ja. Ich meine damals in Anstoß und Konsorten, wo die Lizenz nicht hatten, dann musstest du ja immer aus dem Forum die neuesten realen Spielerdaten runterladen, weißt du, die Spieler praktisch zusammengeschrieben haben, dass die Vereine richtige Namen bekommen, dass die Spieler richtige Namen bekommen. Ja, ja, das war... Ja, auf jeden Fall guckt euch Welcome to Raxim an, also wirklich, äh, grandios. Ähm, kann ich nur empfehlen, 18 Folgen, die auch relativ kurz sind, das kann man schön dosieren, auch wenn man wenig Zeit hat, kann man da immer mal eine Folge zwischendrin einschieben. Lohnt sich, Disney Plus mal zu mieten. Werbung Ende. Hast du Dings weiter geguckt? Last of Us? Äh, nee, noch nicht, nee. Wo bist du da? War noch nicht. Äh, immer noch, äh, na, diese, diese Folge, die so... Folge 3. Ja, war Folge 3, genau. Okay, kommt jetzt, sind noch drei weitere rausgekommen mittlerweile. Ich kann nur sagen, Folge 4 fand ich, ohne zu spoilern, fand ich vom Level eher so durchschnittlich. Also, so hat mich so ein bisschen an Walking Dead eine Folge erinnert. Und dann kamen Folge 5 und 6. Alter Vater. Also wieder so krasse Szenen, wo ich wirklich heulend vor dem Fernseher gesessen hab und dachte nur so, fuck. Da wirst du so schrecklich teilweise. Also so, wie es halt erzählt wird. Und eine Kampfszene, unfassbar. Mit so einer Horde, die ankommt, die, also, boah. Also, unfassbar. Ich sitze mit der Frau vor dem Fernseher und wir haben nur, wir haben die ganze Zeit nur so, krass, krass, was zeigen die da? Ja, ja. Das war wirklich krass. Meine Frau sitzt hier schon völlig, du darfst nichts sagen, dir zu neben mir gerade. Floß nicht spoilern jetzt. Nee, das wär Spoiler. Nee, das darf man nicht. Pssst, ja. Nee, ist schon, ich freue mich, ich habe mich auf jeden Fall nächste Woche, haben wir uns vorgenommen, da weiter, weiterzuschauen, auf jeden Fall. Features, unser Team. Tatsächlich, du, ich bin hier gerade auf der EA-Seite, ja, FIFA 23, und finde hier Wrexham auch unter, weder unter England noch unter Rest der Welt. Ja, gut, ich glaube aber, dass da viele Vereine drin sind, auch so regionale. Ich weiß nicht, wie tief das runtergeht von den... Ja, ich auch nicht. Also, ich weiß, dass es damals schon so war, da kannst du die Kickers Offenbach spielen und so ein Kram. Aber die haben aber, was ich glaube ich ist, ist, dass die diese komischen, Karten gekriegt haben. Da gibt es doch diese Karten. Das kann sein. Diese, 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 keine Ahnung, Sammelkarten, Fußball-Sammelkarten. Und da haben manche Spieler von denen, haben eine Wertung gekriegt und eine entsprechende Karte. Ach so, ja, 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 das kann sein. Und das ist, glaube ich, schon eher cool. Also, ich finde, Oli muss ja einen Sturm, also. Der Marlin und der Orli. Marli und Orli. Ja, geil. Die beiden. Nee, ich finde die, also wirklich toll gemacht, tolle Menschen, toll. Weil, einfach nur toll, 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 so. Und kann man sehr gut gucken, wenn man nicht Fußball interessiert ist, weil meine Frau ist absolut begeistert, ist auf einmal Fußballfan in dem Moment, weil. Eben, gar nicht, ja. Musst du gar nicht sein, ja. Ja. Deswegen hatte ich ja letztes Mal auch gesagt, dass diese Fußball-Szenen selber aufs Nötigste runter reduziert sind und aber dennoch irgendwo eine Spannung verbreiten, auch wenn du keine Ahnung hast von Fußball. Und man sieht ja auch zum Beispiel, Ryan und Rob haben ja beide zum Beispiel auch keine Ahnung, was Abseits ist und sowas, weißt du so. Und wo sie sich dann freuen über ein Tor und alle anderen sagen, nee, ist Abseits. Und die feiern, die feiern und Abseits. Dem muss man jemandem Bescheid geben. I don't get it. Genau. Ich hasse dieses Spiel. Das ist so geil. Ja. Cool. Großartig, also sehr zu empfehlen. Ja, und Last of Us halt auch wieder. Ich dachte erst so, als die vierte Folge kam, oh, jetzt lassen sie nach, nein, nein, was ist jetzt los? Und dann kommt, wir haben uns die Folgen aufgehoben, muss man dazu sagen, weißt du, wir haben die praktisch dann am Stück geguckt und konnten die praktisch sozusagen dann zwei Folgen ineinander gucken und ein Brecher nach dem anderen von der Folge, wirklich. Jetzt wieder auf ganz anderen Level zu der Folge, wo du jetzt hängen bleibst. Und ich hab schon so, zur Frau schon gesagt, ich freu mich so auf einen Spoiler-Podcast. Ja. Wo wir über gewisse Szenen reden können, weil das ist teilweise wirklich selten so gut erzählte Folgen, also Situationen gesehen. Also, da, ja, lass uns mal reden, wenn du die, wenn du die, ähm, 5, 4, 5, 6 geguckt hast. Ja. Ja, echt großartig. Ja. Gut. Schlittern mal kurz. Rüber im Verlauf. Ja, lass uns im Verlauf kommen. Ich weiß nicht genau, wie wir gerade sind, wir müssen irgendwie bei grob einer Stunde sein. Passt schon. Aber wir gehen jetzt heute mal ein bisschen kürzer durch, weil die Folge ist durch, wir sind durch, also mein Bauch zwickt schon ordentlich, ich trinke jetzt die ganze Zeit hier kein Milletee, aber... Ich hoffe, ihr bleibt gesund, während ihr diesen Podcast hört, oder werdet gesund. Äh, du hattest, wir hatten die Wayne-Demo, ähm, wobei das, wir haben vorher noch Deichkind. Ja. Okay, hast du was, du hast drei Sachen schon reingebracht? Na, ich hatte jetzt die Wayne-Demo haben wir drin, hatten wir... Die mache ich jetzt gerade wieder. Also, Deichkind, genau. Und dann habe ich, ähm, eine Sache, die ich jetzt, genau, die kann ich jetzt sagen, und zwar auf YouTube Comedy Central, so heißt der Kanal, Comedy Central kennt man, äh, gibt's ab und an, so eine Serie, so eine, so eine, ähm, so eine Aufmachung, die heißt This Is Not Happening, und da reden bestimmte Leute, äh, meist, meist relativ bekannt, nicht super bekannt, aber zum Beispiel die Frau von Seth MacFarlane, der der Family Guy macht, beispielsweise, weißt du, die redet da, nur mal jetzt so als Beispiel, die redet darüber, wie ihr Haus abbrennen konnte, während sie eigentlich da zu Hause war und ihr Mann auf der anderen Seite des Kontinents und, äh, warum sie jetzt dafür, äh, versucht belangt zu werden, weißt du, sowas. Und das machen die so ein bisschen auf Comedy und ich habe jetzt hier was verlinkt, wie, ähm, Theo Warren, der so ein, ich jetzt, so ein aufstrebender Comedian in Amerika ist, wie der sozusagen eine Nacht durchgemacht hat und dann am nächsten Morgen um, bei einer Art Frühstücksradio aufgetreten ist. Und, also, das sind Geschichten, die kannst du dir nicht ausdenken, so. Das kannst du dir nicht ausdenken und gerade diese Geschichte ist so fantastisch, weil er sie so fantastisch erzählt. Ich habe mir den auch als Comedian gemerkt, weil ich den einfach nur lustig finde. Der hat so einen, der hat so einen leichten Fokuhila, der nimmt sich überhaupt nicht ernst und, äh, ist der Hammer. Ja. Ich bin gespannt, ja. Punkt. Also, this is not happening. Äh, super. Super. Und, also, wirklich, man muss auch so ein bisschen, äh, so Magenprobleme darfst du nicht haben, weil, stellenweise ist es schon eher bildlich, ne? Oh, okay. Ich habe da eins geguckt, wie jemand die halbe Backe aufgeschnitten hat, äh, gekriegt hat und das aber eigentlich gar nicht gemerkt hat, sowas. Das ist, oh Mann, ey. Was ziehst du hier für ein Kram rein? Das ist gefährlich. Echt, geil, das ist Comedy. Lustig, haha. Lustig. Passt zu meinem Musiktitel. Hast du noch was? Ja, du hast am Ende Musiktitel, von daher würde ich noch, ähm, was dazwischen packen. Äh, und zwar kam von meiner Frau, die hat das sich angeguckt und das fand ich irgendwie ganz spannend, ich mag solche Kompeten, weiß auch nicht. Ähm, und zwar, ähm, über eine Demonstration in so einem Glastank, ähm, wie man Wellen oder wie, wie man Wellenbrecher am Land, ähm, wie sagt man das, minimieren kann, so. Also, was man im, was man halt machen kann, dass, wenn die, wenn die, wenn die Wellen anbranden, dass das Land nicht unter Wasser steht, sozusagen. Also, Deiche, vorne schräg, nur Geröll rein, was die Wellen brechen soll, und, 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 und. Fand ich super interessant. Flood Demonstration. Geil, das find ich geil, sowas. Das ist irgendwie so, also sie haben verschiedene Modelle reingesetzt, von einer schrägen Rampe, von einzelnen Kieseln, äh, also verschiedene Objekte. Wir haben die Kaimauer höher gemacht, die haben die Kaimauer, äh, wie so eine, wie so ein U geformt, dass das Wasser praktisch wieder zurückschwappen kann. Ja. Und, ähm, und dann haben sie halt gezeigt, was da passiert. Und fand ich total spannend, wie man Wasser halt praktisch aufhält. Ja, weil, das wird ja natürlich, ist ja auch ein großes Thema, auch gerade in Zukunft. Könnte ein Thema werden, ja. Sage ich jetzt mal. Ja, unter Umständen. Als Niederländer würde ich da auch mal reingucken. Vor allem der erste Kommentar unter diesem Video ist, I guess, I'm interested in coastal defense now. Ja, so war es. Also, aber, meine Frau hat mir davon erzählt, hat mir den, da dachte ich, ah, schick mal, finde ich immer spannend, sowas. Und dann habe ich mir das Video angeschaut und dachte so, geil, also, weißt du, wieder was gelernt. Love it, ja. Keine Ahnung, mich fasziniert sowas. Ja. Also, wenn ihr irgendwie im Wasser wohnen solltet, merkt euch das schon mal vor, was ihr dann für Objekte ins Wasser stellen müsst, damit das Wasser nicht überschwappt. Das Beste fand ich am Ding, diese, diese, diese Pipeline, diese Halfpipe, die praktisch, wenn die Welle über die Kante schwappt, praktisch, dass es wieder zurückgelenkt wird, weißt du? Ja, ja, ja. Nach dem gekehrten Rand. Ja, so, hier hast du Wasser. Ja, kriegst du gerade zurück. Nimm das zurück, mehr. Ja. Und du hast noch einen Song zum Ende. Und zwar, ähm, habe ich, äh, relativ oft, äh, Ran gehört, äh, auch, auch gerade bei YouTube. Ja. Und, ähm, ja, und mir wurde jetzt auf einmal was in die Wiege gespült. Und, das heißt, Falling in Reverse. So heißt die Band. So heißt die Band. Mhm. Ähm, die, weiß ich gar nicht, wie lange das hier jetzt schon gibt. Mir persönlich waren die noch gar nicht bekannt. Die haben aber ein paar hundert Millionen Klicksongs schon auf YouTube. Also sie sind jetzt nicht unbekannt. Dieser Song jetzt hier allerdings ist das Krasseste, was so mixtechnisch geht, was ich bisher in meinem Leben gehört habe. Also es ist, es toppt alles. Was meinst du mit mixtechnisch? Sind das Samples, die zusammengespielt sind? Nein, 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 mixtechnisch meine ich mit Genre mixen. Ach so, Genre mixen. Wo wir beim letzten Mal, oder vorletzten Mal, Ran hatten, der ja akustische Gitarre, eher im Flamenco-Style fast schon. Und drüber rappt. Und rappt. So machen die jetzt hier am Anfang, also das Lied startet halt mit einem relativ normalen Rap. Du denkst, du bist in einem Deutschrap-Song, ist aber der rappt Englisch, recht schnell. Ey, schon gut, ne? Schon so ein bisschen auch ein Zacken schneller als Eminem oder so. Aber dann wird der Song immer härter und immer lauter und der wird immer schneller und immer, also der Typ, der, ne? Und es geht hier auch um, ich sag mal, kaputten Kopf irgendwo, Depression, die brauchen eine Therapie, bla 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 und so. Also das geht schon irgendwie um Gefühle. Und auf einmal bricht der Song auseinander und ist ein fucking, wie soll ich dir das erklären, ist ein fucking Hammerfall. Kennst du? So ein, so ein, so ein, so ein, so ein Effektgerät. So ein, nee, so ein Heavy Metal, das dann in, in, ich kann dir das kaum erklären. Und das, und das ändert dann im Metalcore. Also das, das Lied hat irgendwie alles drin, was so genretechnisch geht. Und ist richtig gut. Es ist halt richtig gut. Es heißt Falling in Reverse. Voices in my Head. Also ich kann nur jedem, der irgendwie Gitarre und ein bisschen härter mag, das mal ins Herz legen und gebt euch, äh, gebt euch eineinhalb Minuten Zeit, falls ihr den Rap-Part nicht so geil findet. Danach werdet ihr den Rap-Part geil finden, weil das alles irgendwie zusammenpasst und ineinander auf, aufeinander aufbaut und ineinander zusammenhängt. So weißt du, das ist unfassbar. Das musst, also musst du dir nach der Podcastaufnahme anhören. Mhm. Mach ich. Das ist krass. Habe ich gestern, äh, gestern Abend ein Kumpel vorgespielt, der hat gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Das ist aber sowas, habe ich ja noch nie gehört. Ja. Cool. Falling in Reverse. Bin ich gespannt. Diesmal werde ich reinhören. Beim letzten Mal hat es ja irgendwie nicht ganz funktioniert. Nicht ganz funktioniert, genau. Ja, wir hatten beim letzten Mal wenig Zeit, weiß ich noch, dass ich, da habe ich irgendwas gestreamt oder sowas. Ach so, ja, nee, 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 es war doch so, dass du hast doch mir, ich habe einen Song von dir gehört. Ja, genau. Nein, nein, das war davor. Das heißt ja nicht, ähm, der heißt Watch the World Burn, ich habe gerade einen anderen gesagt. Watch the World Burn, Falling in Reverse. Ach so. Ach so, okay, ich habe es ja abgelesen, deswegen ja, da war es ein bisschen leichter, deswegen habe ich das gar nicht gesehen. Gut. Gut. Wir haben den Musiktitel abgeschlossen, wir haben trotz körperlicher Gebrechen über durchschnittliche und auch gute Spiele gesprochen. Wir haben nochmal für Serien, wir haben nochmal für Serien wie Wrexham und Last of Us geschwärmt. Last of Us, genau. Ja, großartig. Also wirklich toll, ich finde es geil. Ich finde diese Mischung dieses Jahr, es kommt echt gut. Also es kommen wirklich sehr, sehr tolle Spiele raus oder erscheinen bald. Also ich nehme jetzt mal einfach Nightingale als gesetzt aus, dass es gut wird. Ja, genau. Es muss einfach gut werden. Ja. Ähm, und wir haben gute Serien. Schön. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit dieser guten Folge, wer weiß. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall war es ja durcheinander und, äh. Jetzt nicht. Das war eine gute Folge. Das war eine gute Folge, okay. Zick positiv. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Nee, nur nicht selber fertig machen, das ist alles, was ich von dir verlange. Okay? Gut. Nee, 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 nee. Ich habe mich nur für die technischen Probleme entschuldigt. Ja, fuck it. Die geistigen und technischen Probleme, die hier... Die haben keine technischen Probleme gehabt, außer bei mir. Jetzt war ich jetzt mal jetzt. Aber fucking guess. Und das wünsche ich euch auch, meine Damen und Herren. Bis nächste Woche. Wünsche euch, dass ihr an euch glaubt. Ihr seid schön, ihr seid gut und ihr seid tolle Menschen. Lasst euch bloß von jemandem was erzählen. Dankeschön. Ich komme mal in eine Gruppe. Bist du raus? Winkst du noch? Nee, ich winke nicht. Nee, ich komme in meine Gruppe, war jetzt hier das letzte Wort, oder was? Ah, nein. Ich winke, tschüss. Ich winke, tschüss. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020